Wir sind doch garantiert, dieser Art von Typ, der fickt jemand in den Arsch und hat da nicht mal das bisschen Anstand, dem wenigstens Rauchrennen runterzuholen. Sieh, merke ich mir vor! You put your left boot in, you take your left boot out, you do a lot of shouting and you shake your fists about, you light a little smoky and you burn down the town, that's what it's all about. Ah, Himmler, Himmler, Himmler! Jetzt lassen Sie besser Ihre Faxen, sonst reiß ich Ihnen den Kopf ab und scheiß Ihnen in den Hals! Schleifung